Ich lade euch ein, Gottes heiliges Wort mit mir aufzuschlagen, wie wir es finden in Apostelgeschichte 2. Wir fahren fort mit unserer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte, sind angelangt in Kapitel 2. Wir lesen miteinander die Verse 1 bis 13. Apostelgeschichte Kapitel 2 ab Vers 1. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus jeder Nation unter den Himmeln. Als ich aber die Kunde hiervon verbreitete, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie gerieten aber alle außer sich und verwunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläa? Und wie hören wir sie, jeder, in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Sie gerieten aber alle außer sich und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sind sie voll von süßem Wein. Amen. Lasst uns beten. Unser großer Herr und Gott, wir wollen deinen Namen, deine großen Taten verkündigen. Wir staunen über dich und wir rühmen dich. Und wir wollen dich in aller Demut bitten, dass du nun auch Großes an uns allen wirkst. Wir beten es in Jesu Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Die allermeisten, wenn nicht alle, haben schon von Pfingsten gehört. Wir haben ja bald sogar diese beiden Feiertage, Pfingsten. Die Frage ist aber nicht nur, ob du Pfingsten kennst, sondern ob du verstanden hast, was Pfingsten wirklich bedeutet. Und diese Frage, die wird hier auch in unserem Text gestellt, Vers 12. Sie gerieten aber alle außer sich und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Was hat das zu bedeuten, was sie hier erleben? Was bedeutet dieses Pfingstereignis? Wir hören dann, wenn wir weiterlesen würden, auch die Erklärung des Apostels Petrus. Und die werden wir uns dann ein anderes Mal anschauen. Aber bereits in dem Text, den wir heute gelesen haben, wo einfach die Ereignisse zu Pfingsten beschrieben werden, hier steckt schon so viel drin, was uns die enorme Bedeutsamkeit von Pfingsten lehrt. Was hier geschieht, ist gewaltig. Wir wollen uns einfach diesen Text anschauen, Vers für Vers, und sehen, was wir hier lernen können. Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Also denkt daran, worum es geht. Die Apostel und die ganze Gemeinde, so hatten wir in den Versen zuvor in Kapitel 1 gelesen, waren alle zusammen an einem Ort versammelt, in Einheit, Einmütigkeit, im Gebet, zehn Tage lang, nachdem Jesus zum Himmel aufgefahren ist, versammelten sie sich. Denn sie warteten auf das Versprechen, dass es erfüllt wird von Gott durch Jesus Christus, der gesagt hat, er wird den Heiligen Geist senden. Sie werden getauft werden mit dem Heiligen Geist. Der Geist soll also über sie kommen, in seiner ganzen Fülle wie eine Flut. Er soll sie stark machen, er soll sie mit unbändiger Kraft ausrüsten, mit aller Tapferkeit, um Christi Zeugen zu sein. Dieser Geist soll sie unaufhaltbar machen, als Zeugen Jesu Christi in alle Welt zu gehen. Hier nun geschah es, als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde. Diese Datumsangabe dürfen wir nicht einfach überlesen. Was ist denn Pfingsten? Wir denken einfach, ja, ein christlicher Feiertag. Nein, wir müssen hier zurückgehen zum Ursprung. Dieser Name Pfingsten, der bedeutet eigentlich so viel wie der 50. Also gemeint ist der 50. Tag nach dem Passerfest. Was ist das für ein Fest? Nun, an diesem Tag, 50 Tage nach dem Passerfest, wurden zunächst einmal die zehn Gebote verliehen auf dem Sinai. Aber es geht noch um etwas anderes. Und wir finden eine klare Beschreibung davon in 2. Mose 23, Abvers 14. Da ist die Rede von drei Festen, die gefeiert werden sollen. 2. Mose 23, Abvers 14. Das erste Fest, Passerfest, Fest der ungesäuerten Brote. Und dann zweitens, und das Fest der Ernte, der Erste, der Erstlinge deiner Arbeit, dessen, was du auf dem Feld sehen wirst, und das Fest der Einsammlung im Ausgang des Jahres und so weiter. Pfingsten ist hier das zweite Fest, das hier genannt wird. Das Fest der Ernte, der Erstlinge deiner Arbeit. Sozusagen ein Erntedankfest, wo man vor Gott kommt und ihn preist und ihn opfert von den Erstlingen dafür, dass er die Ernte schenkt. Darum wird dieses Fest auch das Fest der Erstlinge genannt. 4. Mose 28, Vers 26. Und am Tag der Erstlinge, wenn ihr dem Herrn ein neues Speisopfer darbringt, an eurem Wochenfest soll euch eine heilige Versammlung sein. Keinerlei Dienstarbeit sollt ihr tun. Also Gott wird gepriesen für die Ernte durch die Gabe der Erstlingsfrucht und Gott wird vertraut, dass er reichlich Ernte geben wird. Es könnte darum keinen passenderen Tag geben für die Ausgießung des Heiligen Geistes über sein Volk. Warum? Verstehst du, was Pfingsten ist? Pfingsten ist der Beginn von Gottes großer Welternte. Pfingsten ist der Beginn, dass Christus nun die Ernte, die Frucht seiner Arbeit auf der ganzen Welt einholt. Christus sagt doch in Johannes Kapitel 12 von sich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Unser Herr Jesus, er ist gestorben für uns zu unserer Erlösung. Er ist auch verstanden am dritten Tag. Er ist aufgefahren zum Himmel und sitzt dort zu Rechten Gottes und regiert über alle Völker, hoch erhaben und ihm gehören alle Nationen. Und jetzt legt er los. Jetzt holt der Herr der Ernte die Welternte ein. Und wir lesen dann später, wie an diesem Tag zu Pfingsten 3000 Menschen eine große Ernte zum Glauben kommt, die Erstlingsfrucht. Die Ankündigung, die Erstlingsfrucht als Ankündigung von dem, was jetzt kommt. Denn jetzt ist der Anbruch der großen Welternte, die nun folgt. Es ist der Startpunkt, Startschuss der Weltmission. Ab jetzt geht das Evangelium des Reiches Gottes in alle Welt und die Herrschaft Christi über alle Nationen. Das Ergebnis, eine unvorstellbar große Ernte. Offenbarung Kapitel 7, Abvers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte. Aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmenwaren in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil sei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Hier beginnt es am Pfingsttag. Hier, wo er gepriesen wird für die Erstlinge der Ernte. Kein Tag könnte passender sein als dieser. Nun, da wir das Datum, also die Bedeutung dieses Tages, besser verstanden haben, lasst uns weiterlesen. Noch einmal Abvers 1. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Könnt ihr euch das vorstellen, wie sie dort einmütig saßen an einem Ort, vermutlich im Gebet und plötzlich passiert etwas, unerwartet, schlagartig, aus dem Nichts geschieht etwas und alle hören es. Es ist ein Brausen, es ist ein Rauschen, es ist ein Dröhnen, ein Lärmen, wie von einem gewaltigen Wind, der über den Haus hinwegfährt. Ein heftiger Sturm wie so ein Orkan oder ein Tornado. Hier ist die Rede von einem lauten Geräusch und dieses Brausen, dieses Geräusch erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Wir wissen nicht, ob sie den Wind auch spürten oder nur Geräusche hörten, aber klar ist, was hier geschieht, ist übernatürlich. Dieses Brausen kommt aus dem Himmel herab und erfüllt dann das ganze Haus. Das ist keine normale Luftbewegung, kein normaler Wind oder Sturm. Es ist eine unsichtbare Macht, die alles ausfüllt und alles einnimmt und Menschen, die die Heilige Schrift kennen, wissen, was dies bedeutet. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament wird der Heilige Geist Gottes stets mit Wind verglichen. Es geht sogar so weit, dass das hebräische Wort Ruach oder das griechische Wort Pneuma für Geist auch einfach übersetzt werden kann mit also bewegte Luft, Luftstoß, Hauch, Atem, Wind. Das ist, was es bedeutet. Und selbst unser Herr Jesus Christus vergleicht den Heiligen Geist mit Wind in Johannes Kapitel 3. Weil der Wind weht, wo er will und du hörst seinen Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt oder wohin er geht. Der Geist. Wie viele Stellen könnten wir nennen, die uns daran erinnern. Immer bei besonderen Momenten, wo Gott etwas Neues und Gewaltiges tut. Denn in Genesis 1 lesen wir schon bei der Schöpfung, wie der Geist, wie der Wind Gottes schwebte über der Finsternis, über dem Wasser und wie Gott seinen Hauch, seinen Atem, seinen Lebensatem den Menschen einbläst. Und dann nach der Sintflut heißt es, dass ein gewaltiger Wind fegte, ein Wind Gottes fegte über die Erde, um eine erneuerte Erde zu bereiten, Genesis 8. Dann denkt an diesen rauschenden, mächtigen Wind, der die ganze Nacht hindurch wehte und dafür sorgte, dass die Wassermassen des Meeres sich auftürmten wie Mauern und Israel trockenen Fußes hindurchziehen konnte, Exodus 14. Denkt an Ezekiel, an diesen mächtigen Geistwind, der diese staubtrockenen, toten Gebeine wieder zu einer lebendigen Armee, der lebendig macht, wiederherstellt, Ezekiel 37. So auch hier. Gott wirkt etwas Neues, eine neue Ära für diese Erde. Es ist die Befreiung aus der Gefangenschaft der Finsternis, die Wiederbelebung Israels, dass eine Armee aufstehe des Herrn und der ganzen Welt verkündige, dass Christus herrscht. Der Wind bedeutet, Gottes Geist kommt und erfüllt das Haus. Ja, er erfüllt die Christen nicht mit menschlicher Kraft, sondern mit Geisteskraft. Zachariah Kapitel 4. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Der Herr lehrt uns durch dieses Geräusch, dass das, was nun geschieht, etwas Starkes, etwas Mächtiges ist. Es erinnert uns daran, dass Christus Kraft versprochen hat. Lukas Kapitel 24. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters, spricht Christus auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Es ist Gottes Kraft aus dem Himmel, der herabkommt auf sie und alle seine Jünger erfüllt. Die Innenwohnung durch den Heiligen Geist, göttliche Energie für den göttlichen Auftrag. Kraft wozu? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr erinnert euch? Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Also, himmlische Kraft, um hier auf Erden den Mund aufzumachen und mit der Zunge zu verkündigen, dass Christus herrscht. Und darum verwundert es uns auch nicht, dass wir nun weiterlesen, Vers 3. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Also, die Sache mit dem Wind im Haus, das war schon außergewöhnlich, doch jetzt wird es wirklich sonderbar und spektakulär. Man könnte ja noch irgendwie versuchen, diese Windgeräusche wegzuerklären zu wollen, doch hierfür gibt es keine natürliche Erklärung. Jetzt gibt es eine sichtbare Erscheinung, die niemand wegerklären kann. Es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, die sich auf jeden Einzelnen setzten. Was geschieht hier? Was bedeutet das? Zerteilte Feuerzungen? Der Herr veranschaulicht nun, was es genau bedeutet, was sie dort erleben. Er zeigt ihnen sichtbar, was sie unsichtbar erleben, dass sie es begreifen. Der Geist kommt, um ihnen feurige Zungen zu verleihen. Achtung, Feuer ist hier nur ein Vergleich. Es war wie Feuer. Nicht es war Feuer, sondern es war wie Feuer. So wie als der Heilige Geist herabkam auf unseren Herrn Jesus bei seiner Taufe. Wie eine Taube. Nicht eine echte Taube aus Fleisch und Blut. In Gestalt einer Taube. Wie eine Taube. Der Geist, er erscheint hier in Form von vielen einzelnen Feuerzungen. Das heißt, diese Zungen, sie flackerten, sie leuchten, sie waren wie brennendes Feuer. Und sie waren zerteilte Zungen. Das meint nicht gespaltene Zungen, wie bei einer Schlange. Zerteilte Zungen, meint hier Zungen, die sich zerteilen. Also nochmal Vers 3. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie vom Feuer. Wörtlich, sich zerteilende Zungen erschienen ihnen. Diese Zungen, sie multiplizieren sich. Sie zerteilen sich, dass sie auf jeden Einzelnen der Jünger sich setzen. Der Geist, er kommt nicht auf einige von ihnen, sondern auf alle. Dieser Geist, er erteilt jeden Einzelnen aus. Jedem Einzelnen zu. Und das Feuer? Und das lehrt uns? Wir haben es hier eindeutig mit etwas göttlichen, himmlischen zu tun. Diese Feuererscheinungen, sie kommen immer wieder im Alten Testament vor. Denn diese Feuererscheinungen sind die sichtbare Manifestation Gottes heiliger Gegenwart. Denn unser Herr ist ein verzehrendes Feuer. Wie viele Bibelstellen wollen wir nennen? Denk einmal an Genesis 15, wo Abraham sieht wie Feuerflammen, wie der Herr durch diese Opferstücke hindurch geht. Oder denk an Mosel, wie er den brennenden Dornbusch sieht. Denk an die Erscheinung Gottes am Sinai, 2. Mose 24, Vers 17. Die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn aber war vor den Augen der Söhne Israel wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges. Wenn der Herr hier Zungen wie Feuer sendet, die sich auf jeden Einzelnen setzen, heißt das, dass der heilige, herrliche Gott selbst mit seinem heiligen Geist, mit seiner heiligen Gegenwart sich auf jeden Einzelnen setzt, auf ihn ruht, um bei ihm zu bleiben. Um ihnen göttliche Zungen zu verleihen, das heißt göttliche Redekraft und Zeugenkraft, es betrifft nicht bloß eine ausgesonderte Elite der Jünger, sondern jeder Einzelne wird getauft mit heiligem Geist, auf jedem ruht eine Zunge, jeder soll seinen Mund aufmachen, um Christus zu bezeugen. Jeder von diesen 120 wird erfüllt mit der Kraft aus der Höhe. Darum geht es bei Pfingsten, um Weltmissionen, um das Einholen der Ernte dieser Erde, wie auf diese eine Weise Menschen erfüllt mit dem heiligen Geist, mit der Kraft aus der Höhe, um eine heilige himmlische Botschaft dieser Welt zu verkündigen, um so die ganze Welt zu entzünden für Christus, dass das Wort Gottes sich ausbreitet, das heilige Evangelium, die frohe Botschaft von Christi Herrschaft, dass sie sich ausbreitet wie ein Lauffeuer auf dieser Erde. Sie werden erfüllt mit Geisteskraft, sie werden erfüllt mit dem heiligen Geist, um einen erfüllten Mund zu haben, mit dem Christuszeugnis, göttliche Befähigung, die Zunge zu benutzen für den König Jesus Christus. Vers 4. Und sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Noch einmal. Worum geht es bei Pfingsten? Darum, dass Menschen durch den heiligen Geist sprechen von Gott und alle Welt soll es hören. Und so verwundert es uns auch nicht, dass der heilige Geist ihnen hier andere Sprachen verleiht. Das heißt, Fremdsprachen, nicht Hebräisch oder Aramäisch, was sie sprachen, sondern Sprachen aus anderen fernen Nationen, Fremdsprachen, die sie nicht erlernt hatten, sondern plötzlich ohne erlernte Sprachkenntnisse diese ausländischen Sprachen zu sprechen, und zwar fließend. Manche denken, es geht hier bloß um ein Hörwunder. Also Gott tut nicht das eigentliche Wunder an den Sprechenden, sondern an den Hörenden. Also die Jünger sprachen dann zwar Aramäisch oder Hebräisch, aber alle hörten sie halt in ihren eigenen Sprachen. Nein, das ist nicht das, was hier steht. Es heißt, sie fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen. Das ist nicht ein Hörwunder, das ist ein Sprachwunder. Der Herr lässt sie sprechen in vielen verschiedenen Fremdsprachen. Und was reden sie denn? Wenn man mal schaut, Vers 11, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie die großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Das ist also, was Pfingsten aussagt. Gott wird nun gepriesen in allen Sprachen dieser Welt. Christus, ihm gehören alle Nationen, alle Völker der Erde, alle Volksgruppen, alle Sprachgruppen. Und die großen Taten des Herrn sollen nun verkündigt werden in jeder eigenen Sprache dieser Nationen. Überall sollen es Menschen hören, wer der Herr ist und was er tut. Hier zu Pfingsten ist diese Ankündigung, dieser Startschuss. Jetzt wird es geschehen. Jetzt werdet ihr sehen, dass es sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Und in allen Sprachen und Nationen wird der Herr von nun an gepriesen. Was hier geschieht in Jerusalem, ist sozusagen ein Mikrokosmos von dem, was passieren soll auf der ganzen Welt. Feurige Zungen kommen und rüsten sie aus mit Zungen, um den Herrn zu verkündigen. Sie sprechen den Lobpreis Gottes in Sprachen, die sie nie erlernt haben. Und das bedeutet, Gott wird nun gepriesen. In Sprachen, von denen er bisher nicht gepriesen wurde. Jetzt beginnt es. Verstehst du, was für eine gewaltige Bedeutung Pfingsten hat? Wenn wir von zerteilten Zungen hören und von all den Sprachen, dann denken wir natürlich ganz zurück an den Anfang, an Babel und den Turmbau. In Genesis 11, wo der Herr herabkommt, um die Sprachen der Menschen zu verwirren. Und da heißt es in 5. Mose 32, Als der Höchste den Nationen das Erbe austeilt, als er sie voneinander schied, die Menschenkinder, da stellte er die Grenzen der Völker fest. Der Herr hatte einst ein Gericht gebracht über die Menschen und hat aus ihnen einzelne Nationen gemacht und Sprachgruppen, dass sie einander nicht mehr verstehen konnten. Siehe, jetzt wirkt er etwas Neues. Alle Sprachen sollen es nun hören und jeder soll es verstehen. Diese Botschaft geht hinaus an alle Menschen. Er hat die Zeiten der Unwissenheit übersehen, aber jetzt gebietet er allen Menschen überall, dass sie Buße tun sollen und glauben sollen an Christus, den er eingesetzt hat als Richter über die Lebenden und die Toten. Dazu hat der Herr hier nun in Jerusalem diesen Mikrokosmos geschenkt, wie er alle Menschen aus den verschiedenen Nationen sammelt, und sie sind an einem Tag anwesend in Jerusalem, sozusagen als Repräsentanten dieser Nation, in denen sie geboren worden sind. Vers 5. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus jeder Nation unter dem Himmel. Jerusalem war sowieso eine internationale Stadt, allein vom Handel her, aber jetzt war auch noch gerade ein Fest. Und viele Juden, die sonst auch verstreut überall gelebt haben auf der Erde, kamen nach Jerusalem. Sie lebten dort und aus jeder Nation unter den Himmeln kamen sie herbei. Gottesfürchtige Männer. Das waren Juden, die durchaus Hebräisch konnten, aber sie waren in anderen Ländern geboren. Sie sind auch geboren mit der jeweiligen Landessprache, die sie erlernt haben. Und der laute Sturmwind, wohl auch das laute Ausrufen von einer großen Gruppe von 120 Menschen, die plötzlich in einer anderen Sprache sprachen, das sorgte für Aufsehen, das wurde irgendwie schnell zum Stadtgespräch, also eilen sie alle herbei. Ab Vers 6. Als sich aber die Kunde hiervon verbreitete, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie gerieten aber alle außer sich und verwunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläa? Und wie hören wir sie? Jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind. Also, diese Männer, sie können es nicht fassen. Sie haben irgendwie erfahren, dass diese Leute vor allem aus Galiläa sind. Das heißt, in ihrem Denken eigentlich Hinterwäldler, Leute, die nicht irgendwelche ausländischen Sprachen beherrschen, sondern einheimische Juden, nicht so wie sie, Ausländer, Gelehrte, internationale Menschen. Aber diese Galiläa? Wir hören sie in unserer eigenen Mundart, in der Sprache, in der wir geboren sind, perfekt, fließend, ohne Akzent. Wie kann das sein? Die sind absolut fassungslos. Sie gerieten außer sich. Sie waren äußerst verwundert. Das ist einfach unglaublich. Wir würden sagen, sie können ihren Augen nicht trauen. In dem Fall, sie können ihren Ohren nicht trauen. Das ist, was hier passiert. Keine normale Sprachbegabung. Es ist auch nicht so, dass da so ein paar Ausländer waren und hier und dort konnten die Leute, die sprachen. Wir hatten doch diese lange Liste hier ab Vers 9. Wir hören sie, die großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden. Wenn ich jetzt hier eine Weltkarte hätte, dann könnte ich euch zeigen, wo diese Orte liegen. Und ihr werdet sehen, die kommen einfach aus allen Himmelsrichtungen. Von überall her. Also vom Norden, Osten, Süden, Westen. Von überall her. Juden, aber auch Ausländer, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Also Proselyten. Menschen aus jeder Himmelsrichtung. Sie alle kommen. Und sie alle hören, wie Gottes große Taten in ihren eigenen Sprachen verkündigt werden. Stell dir das vor, du wärst da gewesen. Und du würdest dort plötzlich akzentfreies Hochdeutsch hören. Von jemandem, der niemals auch nur einen Fuß nach Deutschland gesetzt hat. Der vielleicht nicht mal weiß, dass diese Sprache überhaupt existiert. Überleg dir das. Perfekt. Kein Grammatikfehler. Kein Wort irgendwie im falschen Akzent oder Betonung. Perfekt. Sie hörten, wie Gott gepriesen wird in ihrer Sprache. Ein Wunder. Sie sind außer sich. Verswölf. Sie gerieten aber alle außer sich. Und waren in Verlegenheiten und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Was mag das bedeuten? Andere aber sagten, spotten, sie sind voll vom süßen Wein. Also es gab Leute, die spotten einfach darüber. Die sind betrunken. Die haben einen über den Durst getrunken. Die verachten das, was Gott hier tut. Aber da sind andere, die sind völlig perplex. Die geraten außer sich. Und sie fragen sich, was bedeutet es? Denn klar ist, das, was hier geschieht, ist nicht gewöhnlich, nicht alltäglich, nicht normal. Das hier ist bedeutsam für alle, die das miterleben. Ist klar, das muss ein göttliches Zeichen sein. Ein Vorzeichen? Was bedeutet das? Bedeutet das was Gutes? Was ist das, was hier passiert? Was mag dies wohl sein? Die Antwort? Es ist die offizielle Ankündigung, dass der Herr nun alle Nationen zu Jüngern macht. Jetzt werden die Völker den Herrn preisen. Jetzt geht es los. Jetzt werden die uralten Prophezeiungen erfüllt, wie im Psalm 22. Alle Enten der Erde werden sich erinnern und zum Herrn umkehren. Und vor dir werden niederfallen alle Geschlechter der Nation. Denn des Herrn ist das Reich. Und unter den Nationen herrscht er. Nun, wenn wir jetzt grundsätzlich verstanden haben, worum es bei Pfingsten geht, lasst uns dieses Wissen noch etwas mehr vertiefen. Und jetzt kommen wir im Grunde mehr in eine Lehrstunde hinein. Denn wir wollen das Ganze, was wir hier gelesen haben, noch ein bisschen ausführlicher verstehen. Und zunächst einmal möchte ich dazu sagen, sei nicht kindisch, denk nicht kindisch. Es heißt in 1. Korinther 14, Vers 20, Brüder, werdet nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand aber werdet Erwachsene. Also, seid keine Kinder am Verstand. Stellt euch mal vor, ein großes Einkaufszentrum wird eröffnet, vielleicht in eurer Nähe. Und es wird ein roter Teppich ausgebreitet und vielleicht kommen Prominente oder vielleicht auch Politiker, vielleicht der Bürgermeister. Ja, es wird ein Feuerwerk gemacht und laute Musik. Es gibt Gratisgeschenke und das rote Band wird offiziell vom Bürgermeister durchgeschnitten. Und stell dir mal vor, du kommst jetzt ein paar Monate später und betrittst das Einkaufszentrum. Er sagt, würdest du dich fragen, wo ist eigentlich der Bürgermeister? Wo ist eigentlich die große Bühne? Wo ist eigentlich das rote Band und der rote Teppich? Und ich dachte, es gibt Feuerwerk. Nein, solch eine Frage würdest du nicht stellen, oder? Solche Fragen stellen Kinder. Ich kann euch garantieren, meine Kinder würden das fragen. Wo ist der rote Teppich hin? Und du erklärst dem Kind, Schatz, das war eine Eröffnungsfeier. Das war der Startschuss. Das war was Besonderes. Das machen die nicht jede Woche. Und das versteht auch jeder. Es ist ein besonderer Moment, wo viel Lärm und Trubel gemacht wird, damit viel Aufmerksamkeit kommt, damit man versteht, hier ist etwas Neues. So, und mit dieser Information im Hinterkopf, vielleicht hilft uns das ein bisschen besser, gewisse Ereignisse in der Heiligen Schrift zu verstehen. Nun, in der Bibel werden keine Einkaufszentren eröffnet. In der Bibel geht es um wirklich wichtige Dinge, gewaltige Dinge. Aber es gibt besondere Momente, wo Gott Besonderes tut und wo er etwas Neues eröffnet. Wenn Gott etwas Besonderes tut, dann begleitet er das Ganze mit besonderen Phänomenen, die uns helfen, um zu erkennen, wie besonders und wichtig der Moment ist. Gott schenkt spezielle, spektakuläre, sensationelle, atemberaubende und auch furchteinflößende, herrliche Dinge, die bestimmte Ereignisse in seiner Heilsgeschichte begleiten. Denkt zum Beispiel an die Vergabe der Zehn Gebote. Was für ein besonderer Moment, wo das demonstriert wurde, wie heilig und besonders dieses Ereignis war, mit Donner und Blitz und dunklen Wolken und Posaunenschall und Erdbeben und lauter Stimme und Feuer. Alle haben verstanden, was jetzt passiert, ist wirklich gewaltig, wirklich bedeutsam. Wir sollten uns fürchten und erkennen, wie heilig dieser Moment ist. Sag, muss Gott noch einmal donnern und Feuer senden und Posaunenschall und all das, um zu verstehen, dass die Heiligen Zehn Gebote heilig sind und dass du sie halten solltest? Oder reicht das, dass er das einmal getan hat? Oder denk an die Einweihung des Tempels unter Salomo. Ein riesiges Fest, ich glaube, es ging über 14 Tage lang, der König sprach, dieses Einweihungsgebet und Gottes Herrlichkeit kam herab, sichtbar, sodass der ganze Tempel erfüllt wurde und die Tempeldiener, die Priester, nicht einmal in den Tempel reingehen konnten, weil die Herrlichkeit so stark manifestiert war. Irgendwann war die Einweihungsfeier vorbei und die Tempeldiener konnten hineingehen. Niemand rechnete mehr damit, dass das jeden Tag so sein muss. Denk an die Geburt Jesu. Es gab diesen Stern zu Bethlehem, besondere Zeichen, diese Begleiterscheinungen von der Geburt Christi, eine riesige Schar am Himmel. Sag, blieb der Stern über Jesus? Blieben die Engel dort weiterhin? Nein, das gehörte zur Eröffnung, zu der Einführung Jesu Christi, zu seiner Geburt. Denk an die Taufe Jesu. Johannes sah, wie die Taube herabkam, der Heilige Geist herabkam und die Stimme kam aus dem Himmel. Der Dienst Jesu wurde offiziell eröffnet. Ich denke, ihr versteht das Prinzip, oder? Viele Beispiele für ein biblisches Prinzip. Es gibt besondere Ereignisse in der Heilsgeschichte Gottes, die mit besonderen Phänomenen begleitet werden und diese Erscheinungen symbolisieren, veranschaulieren, veranschaulichen in diesem besonderen Moment, was geschieht. Aber diese Phänomene bleiben nicht einfach. Was hier geschieht am Pfingsttag ist einzigartig und ein unwiederholbares Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Hier eröffnet Gott etwas Neues. Pfingsten ist die offizielle Eröffnung der Weltmission in der Kraft des Geistes, dass die Herrschaft Christi nun ausgerufen wird über alle Nationen und alle Nationen unter dem Himmel nun Rettung finden können durch den Glauben an den Sohn Gottes. Das Zeugnis von Jesus Christus soll nun durch alle Welt gehen. Und dieses besondere Ereignis, dieser Startschuss der Weltmission wird begleitet mit besonderen Begleitphänomenen. Diese Begleitphänomene sind Zeichen, Symbole, Signale, um den richtigen Moment, um diesen Moment richtig zu verstehen. Hörbar, vielleicht auch spürbar, ein Tosen, sichtbar, die einzelnen Zungen, die sich setzen auf jeden Einzelnen, hörbar, wie der Lobpreis Gottes nun in verschiedenen Sprachen verkündigt wird. Was haben diese Phänomene zu bedeuten? Noch einmal, der laute Wind, dieses Rauschen zeigt uns, jetzt kommt gewaltige, unbändige Kraft des Heiligen Geistes auf uns herab. Die Feuerzungen, was lehren sie uns? Dass jeder Christ ausgestattet wird, Christus freimütig, brennend im Geist das Evangelium zu verkündigen, das wie ein verzehrendes Feuer ist und die ganze Welt in Brand setzen soll für Christus. Und die vielen Fremdsprachen, die der Heilige Geist eingibt, all das, was man hört in all den verschiedenen Sprachen, lehrt uns, das Heil geht nun an alle Nationen und alle Nationen werden ihn preisen. Der Startschuss der Weltmission. Dieses Pfingsterlebnis, das hat in der Apostelgeschichte selbst dann verschiedene Nachwählen, so würde ich es nennen. Sozusagen kleine Pfingsten, die nach diesem großen Pfingsten folgen. Und du musst begreifen, warum das der Fall ist in der Apostelgeschichte, denn es gab im Grunde vier Personengruppen, die es galt zu erreichen. Es gab die Juden, das haben wir hier zu Pfingsten. Dann gab es die Halbjuden oder Mischlinge, die Samariter. Dann gab es die Gottesfürchtigen, die aus den Heiden waren, aber Gott fürchteten. Und dann gab es noch die, die heiden, die sowieso noch ferner waren. Und wichtig zu verstehen in der Apostelgeschichte ist, dass jedes Mal, wo so eine Gruppe erreicht wird mit dem Evangelium, ohne Zweifel festgestellt werden muss und bestätigt werden muss, dass der Heilige Geist auch über sie kommt. Gott demonstriert sichtbar. Er musste es, es musste göttlich legitimiert sein. Jedes Mal, wenn eine neue Gruppe erreicht wird, müssen diese Zeichen passieren, um zu verstehen. Die Juden empfangen den Heiligen Geist, die Glauben an Christus, Apostelgeschichte 2. Die Halbjuden, die Samariter, empfangen den Heiligen Geist, Apostelgeschichte 8. Die gottesfürchtigen, Heiden, empfangen den Heiligen Geist, Apostelgeschichte 10. Und Apostelgeschichte 19, Heiden, die noch ferner waren. Und das ist so extrem wichtig zu begreifen, um Pfingsten zu verstehen. Ich lese euch mal in das Apostelgeschichte 10, wo die Heiden den Heiligen Geist empfangen. Ab Vers 44. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich. Hört ihr genauso wie zu Pfingsten. Sie gerieten außer sich. Warum denn? Dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war? Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Er befahl aber, dass sie getauft würden in den Namen des Herrn. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Seht ihr? Hier gerieten die Christen außer sich, die Juden außer sich, wie zu Pfingsten die Außenstehenden. Warum? Weil der Heilige Geist über Heiden kommt, über Nationen. Und versteht ihr, warum das für die Juden so wichtig war, dass wieder dieses Zeichen gegeben wird, dass die Juden verstehen, sie erleben genau dasselbe wie wir. Es kann keinen Zweifel daran geben, dass der Herr nun seinen Heiligen Geist ausgießt, nicht nur über uns Juden, sondern über alle Nationen. Und wenn du das nicht verstehst, wenn du nicht begreifst, wie wichtig diese Zeichen sind der Anfangszeit, um zu verstehen, dass der Heilige Geist nun ausgegossen wird über alle Nationen, dann wirst du auch heute nicht verstehen, warum der Herr dieses Phänomen nicht mehr gibt. Nicht, weil er es nicht könnte. In den Herrn sind alle Dinge möglich. Sondern was bedeutet Sprachenrede? Was bedeutet es? 1. Korinther Kapitel 14 Ab Vers 20 Brüder, werdet nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige am Verstand, aber werdet Erwachsene. In dem Gesetz steht geschrieben, ich will in anderen Sprachen und durch andere Lippen zu diesem Volk reden und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Daher sind die Sprachen, gemeinte Sprachenrede, der wichtigste Vers überhaupt, um Sprachenrede zu verstehen. 1. Korinther 14 Vers 22 Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht den Glaubenden, sondern den Ungläubigen. Die Weissagung, aber nicht den Ungläubigen, sondern den Glaubenden. Der Punkt ist so enorm wichtig zu begreifen. Sprachenrede bedeutet, Gott lässt sich jetzt preisen in den Sprachen dieser Welt und dies ist ein Gerichtszeichen über Israel. Warum? Weil Gott sprach in verständlicher Weise durch viele Propheten am Ende sogar durch seinen Sohn zu ihnen und sie wollten nicht hören. Wie viele auch zu ihnen sprachen, ihre eigenen Sprache, sie konnten es verstehen und wollten sich doch nicht bekehren und glauben. Darum wendet Gott sich nun den Nationen zu. Und zu Israel spricht er in unverständlichen Fremdsprachen, den Sprachen der Nationen hören sie und verstehen doch nicht. Die Sprachenrede sind ein Gerichtszeichen für das Volk Israel, dass Gott sich nun abwendet und sich den Nationen zuwendet und sie werden glauben. Und darum spricht Christus auch diese heftigen Worte in Matthäus 21, Vers 43 zu den Juden. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen werden und einer Nation gegeben werden, dessen Früchte kommen werden, die Früchte bringen werden. Wenn Gott sich nun preisen lässt in anderen Sprachen, dann, weil Israel ihn nicht gepriesen hat für seinen Sohn. Ich habe auf verständliche Weise zu euch gesprochen und ihr wolltet nicht hören. Jetzt rede ich in den Sprachen der Nation und sie werden hören und sie werden kommen und die Enten der Erde werden sich mir zuwenden und gerettet werden. Paulus spricht so viel davon in Römer Kapitel 10 und auch 11, wenn ich mal lese, aus Römer 10, ab Vers 18. Aber ich sage euch, haben sie etwa nicht gehört? Oh doch. Ihr Schall ist ausgegangen zu der ganzen Erde und ihre Sprache zu den Grenzen des Erdkreises. Aber ich sage, hat Israel es etwa nicht erkannt? Zuerst spricht Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen über ein Nichtvolk, über eine unverständige Nation will ich euch erbittern. Hört ihr? Mein Volk wollt ihr nicht hören, wollt ihr nicht hören? Der Schall der Botschaft geht hinaus in alle Welt und der Herr reizt Israel zur Eifersucht. Manche wollen nun fragen, aber wenn Sprachenrede doch ein Gerichtszeichen für Israel war, weil sie nicht glaubten und Gott sich nun preisen lässt in anderen Sprachen, warum gab es dann in Korinth, also in Griechenland, eine Gemeinde, wo so viel in Sprachen geredet wurde? Das macht doch keinen Sinn. Nun, ich empfehle, die Apostelgeschichte 18 zu lesen, denn wenn es irgendwo außerhalb von Jerusalem nötig war, dass dieses Gerichtszeichen gegeben wurde, der Sprachenrede gegen die Juden dann in Korinth. Also hier hatte Paulus mit den heftigsten Konflikt mit den Juden. Ich lese einmal aus Apostelgeschichte 18, Abvers 4. Er, Paulus, unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Als aber sowohl Silas als auch Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus hinsichtlich des Wortes gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Als diese aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut komme auf euer Haut. Ich bin rein. Von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Und er ging von dort weg und kam in das Haus eines gewissen Mannes mit Namen Justus, der Gott anbetete, dessen Haus an die Synagoge stieß. Christus aber, der Synagogenvorsteher, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus und viele Korinther, die hörten Glauben und wurden getauft. Der Herr aber sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, um dir etwas Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Also, Paulus verkündigt den Juden, Christus, sie glauben nicht, sie feinden ihn an, sie bedrohen ihn, Paulus hat sogar Angst, der Herr erscheint ihn in der Nacht, er redet zu ihnen, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt und gemeint sind noch viele, viele Heiden, die zum Glauben kommen. Und so lehrt Paulus nun nicht mehr in der Synagoge, sondern er lehrt in dem Haus eines Heiden Justus, dessen Haus genau an die Synagoge grenzt. Könnt ihr euch das vorstellen, das Gemeindehaus genau neben der Synagoge? Überlegt euch das. Und dann kommt sogar noch der Synagogenvorsteher, Christus, zum Glauben und viele Korinther kamen zum Glauben. Versteht ihr, wenn irgendwo dieses Gerichtszeichen in besonderer Weise nötig war, dann in Korinth. Hier sprachen viele, sehr viele in Sprachen. Warum? Die Synagoge dort, sie lehnten den Herrn Jesus ab, sie bedrängten Paulus, sie bedrohten ihn. Aber der Herr gibt das Gerechtzeichen. Er wird gepriesen werden in allen Sprachen dieser Erde. Ihr wollt nicht hören, sie werden hören. Und so auch später in Antiochia, wir lesen das immer wieder in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 13, Abvers 42. Und als sie aber hinausgingen, baten sie, dass am folgenden Sabbat diese Worte zu ihnen geredet würden. Als er aber die Synagoge auswarf, folgten viele der Juden und der anbetenden Proselyten Paulus und Barnabas, die zu ihnen sprachen und ihnen zuredeten, in der Gnade Gottes zu verharren. Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Hast du das gehört? Die ganze Stadt. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, was, so viele von den Heiden, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde und lästerten. Und Paulus und Barnabas äußerten sich freimütig und sprachen. Zu euch musste notwendigerweise das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig geachtet. Siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten so viele zum ewigen Leben bestimmt waren. Und das Wort des Herrn aber wurde durch die ganze Gegend verbreitet. Die Juden aber erregten die anbetenden vornehmen Frauen und die ersten der Stadt und erweckten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen gegen sie ab und kamen nach Ikonien. Wieder dieselbe Sache. Die Juden wollen nicht glauben. Paulus wendet sich den Nationen zu. Und noch ein Beispiel dann am Ende der Apostelgeschichte Apostelgeschichte 24 Ab Vers 24 der Apostelgeschichte 28 Ab Vers 24 und einige wurden überzeugt von dem was gesagt wurde andere aber glaubten nicht. Als sie aber unter sich uneins waren gingen sie weg als Paulus ein Wort sprach treffend hat der Heilige Geist durch Jesaja den Propheten zu unseren Vätern geredet und gesagt geh hin zu diesem Volk und sprich hörend werdet ihr hören und nicht verstehen und sehend werdet ihr sehen und nicht wahrnehmen denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie verschlossen damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile es sei euch nun kund dass dieses Heilgottes den Nationen gesandt worden ist und sie werden auch hören sie werden hören in dem Gott sich hier zu Pfingsten preisen lässt in all diesen Sprachen auch in Korinth heißt das die Nationen werden Gott preisen dieses Evangelium ist unaufhaltsam es wird sich ausbreiten und an jedem Ort wird man den Namen des Herrn anrufen und es ist ein Zeichen über Israel weil sie nicht glaubten aber für Paulus der mehr in Sprachen redete als alle anderen was meint hier was bedeutete es für ihn 1. Korinther 14 Vers 18 Paulus sagt ich danke Gott ich rede mehr in Sprachen als sie alle überlege einmal Paulus in der Synagoge er wird abgelehnt er wird von den Juden verfolgt darum er am Ende dann auch in Rom im Gefängnis er hat das klare Wort gepredigt sie wollen nicht hören er muss vieles erleiden stell dir vor wie ihn das belastet hat immer wieder von seinem eigenen Volk so bedrängt zu werden doch er betet und plötzlich preist er Gott in Sprachen in wahren realen nicht ausgedachten Sprachen in wahren realen Sprachen von Nationen wo er niemals war Paulus war eingesetzt als Apostel der Nation 1. Timotheus 2. Timotheus 1. Römer 1. Die Juden hörten nicht aber er ist eingesetzt als Apostel über die Nation er wird hingehen zu ihnen und sie werden hören sie werden ihn preisen also niemand also gericht die Juden mehr geben als Paulus denn niemand wurde so verfolgt von den Juden wie Paulus immer wieder wenn er verfolgt wurde konnte er sprechen als er betete in anderen Sprachen als Gericht Zeichen über sie aber überlegt euch mal jedes Mal wenn er wie im Korinth fast aufgeben wollte weil er so bedrängt wurde und stellt euch vor wie er betet und plötzlich spricht er in Sprachen da gibt es Nationen sie werden mich preisen geh zu ihnen du bist der Apostel der Nation sie werden hören sie werden glauben und die Gemeinde Jesu wird sich ausbreiten auf dieser Welt in jedem Volk verstehst du darum auch warum Sprachenrede heute nicht mehr nötig ist vielleicht nimmst du Anstoß an dem was ich sage aber Paulus sagt in 1. Korinther 13 Vers 8 Sprachenrede werden aufhören man kann auch einfach übersetzen mit allmählich abklingen oder immer mehr zur Ruhe kommen warum denn nun weil das Evangelium des Herrn Jesus Christus gepredigt wurde auf der ganzen Welt überall wurden und werden Gemeinden gegründet jetzt muss es nicht mehr angekündigt werden versteht ihr jetzt ist es eine Realität jetzt ist es erfüllt überall auf der Erde wird Christus in den Fremdsprachen angebetet überall sind Gemeinden entstanden das Zweck das Ziel dieses Zeichens dieser Sprachenrede ist doch erreicht die Juden sehen doch nun überall ich meine man kann es nicht mehr irgendwie verleugnen man kann auch nicht mehr dagegen kämpfen es ist überall offenkundig die Heiden sind zu Christus gekommen dem Messias überall sind Gemeinden die den Gott Abrahams und Isaks und Jakobs anbeten Sprachenrede war ein Phänomen welches die Anfangszeit der Weltmission begleitete und dann immer mehr abgeklungen ist denn der Sinn und Zweck dieser wundersamen Gabe ist erfüllt worden nicht weil Gott diese Gabe nicht mehr geben könnte unser Gott ist derselbe gestern heute in alle Ewigkeit wenn er will kann er dich heute in chinesisch sprechen lassen das ist nicht der Punkt wir kennen noch viele wundersame Geschichten wo der ist aber ihr Lieben die Sprachenrede diese Begabung dieses Zeichen hatte einen besonderen Zweck und dieser Zweck ist erfüllt worum ging es dass der Herr bei Pfingsten in anderen Sprachen reden ließ und auch danach Gott zeigte an dass er nun allen Sprachen dieser Welt angebetet wird in Christus weil Israel die Messias nicht haben wollte wird er nun gepriesen von allen Völkern dieser Welt und wenn wir hier heute Gott anbeten auf Deutsch oder du mit deiner Sprache deines Landes und wir haben hier so viele Nationen Ruanda Nigeria Syrien Aramea Äthiopien Indien Portugal Peru Kolumbien Bulgarien Polen USA Rumänien Russland Costa Rica Venezuela und noch mehr also wenn Gott gepriesen wird jetzt in all diesen Sprachen dann ist das die Erfüllung von Pfingsten verstehst du das dann ist es das was bei Pfingsten angekündigt wurde was erfüllt ist in unserer Mitte es wird erfüllt es ist erfüllt was geschrieben steht in Malachi 1 Vers 11 denn denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Jahrhundert gerettet und der Geist erfüllt uns gar nicht und Augustinus sagt Gott bewahre uns davor so ein Irrtum zu glauben sondern er sagt warum redet niemand also in seiner Zeit schon völlig verschwunden in der Kirche warum redet niemand in den Sprachen aller Völker weil die Kirche selbst jetzt in den Zungen aller Völker spricht Früher war die Kirche in einer einzigen Nation in der sie in den Zungen aller Sprach indem sie damals in den Sprachen aller redete deutete sie an was geschehen sollte nämlich dass sie indem sie unter den Nationen wuchs in den Sprachen aller reden würde Zitat Ende seht ihr genau das ist erfüllt vor unseren Augen wir warten darum jetzt nicht auf Phänomene die Gott gegeben hat zum Startschuss der Weltmission also wir brauchen kein Rauschen wir wir brauchen nicht diesen Lärm wir wir brauchen auch nicht die Feuerzungen mehr und wir brauchen es auch nicht dass man Gott in allen Sprachen verkündigt außer das was wir sehen dass Gott in allen Sprachen verkündigt wird aber nicht etwa weil Gott das nicht mehr könnte oder weil der Geist nicht mehr im Kraftwerken wirken würde nein sei kein Kind am Verstand wir brauchen uns nicht ausstrecken nach irgendwelchen Phänomenen die Gott gegeben hat zu einem bestimmten Zweck sondern anstatt sollten wir jetzt leben was diese Zeichen ausgedrückt haben Wind Feuerzungen Sprachenrede bedeuten du sollst nun leben in der Kraft des Heiligen Geistes und deinen Mund aufmachen und verkündigen dass Christus Herr in aller ihren Mitmenschen die sprechen in ihrer Sprache um ihnen zu verkündigen dass Christus groß ist darum geht es der Geist ist gekommen um dir eine Zunge zu geben die göttliche Botschaft zu verkündigen die großen Taten des Herrn in Christus Jesus das ist der Zweck von Pfingsten mach deinen Mund auf in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt vom Heiligen Geist Christus zu verkündigen das heißt in der Tat obwohl ihr kein Rauschen hört und keine Feuerzungen seht sollen auf jeden Einzelnen von euch diese Feuerzungen sich setzen und bleiben verstehst du das Feuerzungen deshalb weil dieses Feuer nun Licht spendet die Erkenntnis Gottes von Christus die uns befreit aus aller Finsternis Feuer weil dieses Feuer uns reinigt von aller Sünde und das Gericht Gottes bringt auch über alle Welt für alle die nicht glauben Feuer weil wir nun brennend im Geist voller Leidenschaft und Liebe Christus bezeugen sollen und selbst alles auf uns nehmen in dieser brennenden Leidenschaft ihn zu verkündigen Feuer weil es sich ausbreiten soll wie ein Lauffeuer und alle Herzen entzünden soll in allen Nationen auf das Christus gepriesen wird in allen Sprachen der Geist Gottes ist gekommen um deinen Mund zu öffnen deine Zunge zu lösen um mit aller Freimütigkeit ein Feuerträger des Christus zu sein auf das sein Name groß sei unter allen Nationen Darum möge der Herr einen jeden Einzelnen von euch von der ersten Reihe bis zur letzten erfüllen mit seiner Kraft aus der Höhe um Christus zu verkündigen um die mächtigen Taten des Herrn zu bezeugen in aller Welt damit sein Lob die ganze Erde erfülle gepriesen sei der Herr überall und in alle Ewigkeit Amen Und ein es vamos und an 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 Vielen Dank.